Und das ist interessant, dass ihr Deutschen kommt einfach mit. Woran erkennen die Türken, dass ihr deutscher Urlaub bei uns seid? Bei der Liegestühle. Die Türken, die gesetzt werden, ihr Deutschen, werdet euch da. Wie macht ihr das? Wie schafft ihr das, dass ihr so unglaublich effektiv seid im Ausland mit der Liegestühle? Ich sag euch was, ihr habt eine Geheimwaffe, Rentner. Ihr steht um 5 Uhr morgens auf. 5 Uhr morgens. Die Ruhrzeit gibt es in der Türkei gar nicht. Versuch mal den Kopf zu finden, der um 5 Uhr morgens kükkükkükkirkt. Das kannst du vergessen. So, 5 Uhr morgens stehen so ein Rende-Ehepaar Ingeborg und Herbert. Stehen die auch? Herbert, guck mal da. Herbert, ganz die Liegestühle. Rechen, nehm dir. Ich hab mir Ingeborg, nehm dir ehemacht. Wie markiert der Deutsche sein neu gewonnenes Territorium im Ausland? Richtig, haltu. Seit 2006 auch schwarz und gold.